Da ist einer! Da ist einer! Hier! Ist es ein Android oder was ist es? Es ist jedenfalls nicht auf dieser Etage okay gut es sieht sicher aus bis jetzt es sieht sicher aus bis jetzt ganz cool bleiben ganz cool bleiben Nein hat mich gesehen nein zurück in den Schacht 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 Oh mein Gott oh mein Gott ich krieg gleich ich pisse mir gleich in die Hosen Nein willst du nicht du müsstest mich erst mal finden Gott Alter wie wir müssen nach rechts und eigentlich dann nach links da waren wir aber da sind leider Gottes da ist leider Gottes mindestens ein Roboter so Waffe ist nachgeladen da haben wir Geräuschmacher Gut dann wollen wir mal ein bisserl experimentieren nicht? Nicht wahr? Geräuschmacher Beispielsweise Beispielsweise Beispiel Nein! 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 Da rein! Da rein! Leck mich am Arsch! Kratzen wir die Bürste! Oder sonst irgendwas aber meine Fresse! Okay! 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 So jetzt fass auf! Wir könnten ja ein Geräuschmacher hier rein werfen! So! Zack! Dann könnten wir ja machen... Uuuuuhhh! Der sieht mich, oder? Der sieht mich, oder? Da sieht mich! Ohuuuhhhh! Doöö... Nein! Da rein! Da inside, da rein, da rein, da rein! du perverse sau du okay ich habe ein bisschen probleme mir fehlen ladung specs und mir fehlen sensoren das wird alles andere als angenehm habe ich gehört ich war kurz der pause und bleibt mich dann wieder okay ich wünsche euch noch einen schönen tag oder viel spaß bei anderen let's plays und wir sehen uns spätestens morgen oder gleich wieder ich brauche mal kurz eine pause tschuldigung oh mein gott oh mein gott wir müssen hier okay vorsichtig haben wir hier in der bewegung haben da oben läuft einer haben wir hinten der bewegung nehmen momentan gerade nicht na vielleicht steht aber nur nur ich weiß es nicht das ist ja das problem so wir müssen wir müssen da lang wir müssen da lang da okay schnell weg schnell weg schnell weg ich habe angst er hat uns vorgesehen aber auf einen kampf werde ich mich nicht einlassen das kann er vergessen so langsam 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 wir warten hier einfach wir warten hier einfach und gucken was ich tue bewegt sich nicht so wie es aussieht nein bewegt sich nicht und auch sonst und auch sonst um himmels willen kann das sich endlich mal bewegen er kann doch gar nicht für immer stehen bleiben ich würde gerne durch diesen lüftung schlacht aber ich kann da noch nichts machen ich komme da noch nicht rein okay wir versuchen folgendes wir versuchen folgendes wir versuchen etwas ich habe keine ahnung ob das funktionieren wird ich weiß es wirklich wir schleichen hier unten entlang und wechseln zwischen nah und fern ansicht und hoffen dass wir so an ihm vorbeikommen aber er bewegt sich auch nicht er hat uns erfasst aber er bewegt sich nicht du kleiner dummer drecks roboter wo kommst du denn her bis gleich hekt den von hinten von hinten ihr drecks schweine und wenn ganz kurz moment 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 haben wir gleich haben wir gleich wir verflüchten Ein Fuhf wieder dahin zurück, dahin zurück, dahin zurück. Leck mich am Arsch. Nachladen. Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ihr habt doch wahrlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wo, 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 wo? Hier drüben. Nach der Mauer. Hinter der Mauer. Wie auch immer, wie man das nennen mag. Okay, ich habe sie durcheinander gebracht. Ich habe sie durcheinander gebracht. Das ist gut so, das ist gut so. Pass auf, pass auf, Geräuschmacher. Die... Ach so, den können wir nicht herstellen. Rauch. Da, 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 da. So, der muss jetzt wieder zurückkommen. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Der muss wieder zurückkommen. Na, komm schon, komm schon. Ich weiß, du schaffst es. Dreh dich einfach um und lauf weiter. Genau, richtig. Komm, 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 komm. Nein, der bleibt immer noch stehen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui kommen wir versuchen das jetzt einfach kommen wir versuchen das jetzt einfach da rein es war dann keine gute entscheidung ok schnell weg schnell schnell oh gott 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 ihr habt doch nicht mal den meißen im schrank da da kommt gleich einer vorbei das ist nicht euer ernst oder ich habe nicht mehr genug munition im revolver so komm 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 das problem ist halt wir können hier nichts machen wir können nichts machen wir bräuchten immer noch einen ion schneider so wie sieht es aus da draußen läuft halt einer das ist irgendwo nach der wand und ansonsten haben wir nichts mehr ist nur dieser eine der andere alarmiert es ist doch das kann doch eigentlich fast nicht sein oder warte mal warte mal warte mal ok ganz cool ganz cool bleiben ganz cool bleiben ich versuche jetzt mal noch mal was wieso bleibt er da stehen man warte mal ganz kurz wir könnten es immer noch versuchen wir könnten es komm wir versuchen jetzt einfach stürmt die Bude stürmt die neiiiin 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 ok 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 vorwärts 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 schnell neiiiin ok runter 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 hat er uns verloren gott im himmel zwillen gott im himmel zwillen und nein ich mache keine schwangerschaftsgymnastik ich mache keine schwangerschaftsgymnastik ok 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 keiner da keiner da ok ok da er kommt wieder er kommt wieder hier er läuft hier vorbei und jetzt so da ist er hier ist er er ist nach der treppe oh der kommt nach oben oh äh kommt näher was das ist doch das ist doch das ist doch das alien ok 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 moment 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 okay wir müssen wir müssen nach rechts runter eigentlich hier wir müssen eigentlich hier hin und das scheint auch soweit zu funktionieren okay rückzug 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 das ist ein rückzug und keine aufgabe wir koordinieren uns nur neu so hätte man es damals im amerikanischen bürgerkrieg gesehen gewalt gegen menschen widerspricht der brug der bricht mehr programmierung der roboter ja aber irgendwas hat sie doch dazu bewegt nehmen sie den tranzid zum sky matt turm das kennen wir den haben wir schon mal gesehen den transit okay wir müssen uns an der hauptsache rechts halten können wir hier irgendwo speichern oder so warte mal ganz kurz ganz kurz ganz kurz da vorne ist ein container und da vorne könnten wir speichern okay alles klar alles klar ganz cool ganz cool so warte 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 bevor wir verdammt ich weiß gerade nicht ob das hier gerade das richtige ist okay lassen sie es mal ausprobieren obwohl obwohl warte mal ist gar nicht mal gar nicht mal so falsch wir dürfen nicht vergessen wir dürfen nicht vergessen die behältnisse werden wieder aufgefüllt das ist schon mal nur punkt nummer 1 plasma schneider benötigt den haben wir noch nicht dann kommen wir hier noch nicht raus wir bleiben hier drin für ewige sicherheit und hat jemanden oder so scheiße nein wir können auch geben eben nicht hier drin bleiben das ding spinnt doch